Heute findet unser erster Seniorentag statt und wir freuen uns über die Resonanz. Es war sehr viel Planung, wir haben ein Dreivierteljahr geplant und uns alle drei Wochen getroffen mit einem Team von fünf Personen. Wir haben die ganze Veranstaltung auf Pflege auf drei Säulen gestellt. Einmal das Mitmach- und Schauprogramm, Vorträge und die Ausstellung. Wir haben das Glück gehabt, dass wir eine sehr heterogene Ausstellerlandschaft gewonnen haben mit vielen Spektren, die nicht immer im Alltag so im Griff sind. Wir haben das Glück gehabt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind begeistert auch, dass das Mitmachprogramm, gerade was Miteinander Tanzen anbelangt, auch bei Parkinson, Tischtennis haben die Leute mitgemacht. Das war natürlich sehr toll und ansprechend für uns. Wir sind wirklich sehr zufrieden. Es über trifft letztlich unsere Erwartungen. Es waren, ich schätze mal, etwa 800 Personen da mindestens, die sehr interessiert waren, nicht nur an den Ausstellern, sondern auch an diesem Mitmach- und Schauprogramm. Und zum Beispiel die Modenschau oder auch der Auftritt des Ehepaars mit Nils war ein richtiges Highlight. Für weitere Informationen über den Seniorenrat und dessen Aktivitäten rufen Sie doch unsere Internetseite auf. Dort sind alle Informationen und Termine unserer Aktivitäten hinterlegt. Wir freuen uns, Sie bei uns zu begrüßen. Wir haben sehr viele Aktivitäten, Wodscher spielen oder auch Ausflüge gemeinsame. Vielleicht sehen wir uns bei der Gelegenheit mal wieder. Wir haben sehr viele Aktivitäten, Wodscher spielen oder auch Ausflüge gemeinsame. Wir haben sehr viele Aktivitäten, Wodscher spielen oder auch Ausflüge gemeinsame.